15 mal die Captain One-on-one. 15 mal. Und ich hab nicht einmal gewonnen. Er hat mit seinem Revolver immer weggeschossen. Sagte ich mir, hm, Hex. Nächste Runde. Nächste Runde. Also Ranked. Nächste Runde ist er in meinem Team. Da konnte ich ihn beobachten. Nö, das sieht nicht nach A-Board aus. Er hat ein krasses Ape. Das ist ein krasser Revolver-Spieler. Der ist richtig gut. Aber, aber er... Das meine ich ja. Er ist richtig guter Spieler. Aber er hat keinen Plan. Weil er keinen Vorleck hat. Und Hotzone ist der Meister von irgendeinem Gegner rausfinden, wo die Gegner sind. Das meine ich ja. Gute Spieler, spitze. Ich bin anders als Hotzone. Hotzone ist verkackter Spieler. Das ist jetzt alles. Ein guter Spieler ist ein guter Spieler. Erkennst es relativ schnell. Und ein Hacker erkennst es auch ziemlich schnell. Alter, ist ja gerade Chaos hier. Nein, der will mich hauern. Nein, der will mich hauern. Ich bin anders. Gouw Grenade set. A lot of coins in big-time banking. Someone's found their depositing strike. Sending a prize. A lot of coins in big-time banking. A lot of coins in big-time banking. Ja, das sind normale Spieler. Normale Spieler kannst du killen. Alter, wer benutzt den Prechping in diesem Spiel? Ja, das ist weg. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht mehr schiebte, dass ich nicht mehr schiebte. Was ist der Krieg? Ich bin der Krieg. Ich bin der Krieg. Ich bin der Krieg. Was ist das? Ich habe die Stipe gefangen. Oh mein Gott, stop! Oh, oh! Die Beside Deposits für den Barri-Katar-Contestant! Rund! Die Beside! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020